Das ist so Quatsch, ich muss 400 Blöcke noch so fahren. Ich auch. Fährst du auf dem Boot, Basti? Ja, ja, bin mit auf dem Ozean, aber es ist gut. Junge, das bockt ja auch gerade gar nicht. Ich habe richtig Probleme mit Muscle Memory. Als ich Novia's See gespielt habe, habe ich das ja unbeindet, aber habe trotzdem weh. So oft aus der See gedrückt. Oh, ich habe schon reingeguckt. Okay, und was hast du dann gemacht? Also, einfach nur mit Boot oder so gemacht. So, was ist denn jetzt los? Warte, was ist denn jetzt? Ist es vorbei? Hugo, steh mal, warum tötest du Hugo? Er schmeißt mich schon zu. Ich bin. Hugo, hast du weh gedrückt? Du hast mich geändert. Was? Ey, Basti, es hat richtig Spaß gemacht. War eine coole Challenge. Ja, ja. Ich habe fast Boot-Emerging geschafft. Ey, ist der Minecraft-Arm schon da oben? Ist das jetzt wirklich in der Monopoly oder wie es ist? Ich habe dépensiert. Vielen Dank.